...Kartig Woman! Hi! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Bitteschön. Macht es euch bequem? Wow! Ihr tretet inzwischen regelmäßig in Amerika, in Australien, in Japan und natürlich auch hier bei uns in Europa auf. Aber heute zum ersten Mal in einer deutschen und österreichischen Samstagabendshow. Sprechen ihr denn schon ein paar Worte Deutsch? Oh, ein bisschen. Wir sind super froh hier in Deutschland zu sein und wir haben sie lieb. Wir sind froh, dass ihr bei uns seid. Toll! Thank you. Sag mal, wie ist es eigentlich? Ist man besonders aufgeregt, wenn man vor dem amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus auftritt? Oder sind berühmte Menschen im Publikum für euch mittlerweile Normalität? Nein, nein, überhaupt nicht normal. Also es ist immer noch ganz toll. Es war für uns ein ganz großer Augenblick in unserem Leben, in unserer Karriere, ganz aufregend. Und noch aufregender, dass wir jetzt nach Deutschland kommen. Wir sind neun Tage lang in Deutschland und natürlich auch hier in Österreich. Am 14. Juni fangen wir mit unserer großen Tour an und dann müssen alle kommen und alle uns sehen. Das werden wir tun. Für uns war es ein toller Augenblick, dass ihr hier bei uns seid. Vielen, vielen Dank. Und ein Mann aus Niederösterreich ist jetzt bestimmt auch sehr, sehr aufgeregt, denn er möchte gleich einen Weltrekord aufstellen. Aber zuvor dürfen jetzt die Stars in der Starbar wieder tippen. Wie viele Herde, also Backöfen, kann ein Mann in einer Minute über zwei Meter weit werfen? Wie viele Herde kann ein Mann in einer Minute über zwei Meter weit werfen? Bitte schreibt eure Tipps auf die Tippkarten. Wie viele Herde? Mensch, in einer Minute. Wie viele Herde? Wie viele Backöfen kann ein Mann werfen in einer Minute? Wer von euch hat den richtig getippt? Fünf, sieben, neun, ja. Hier zehn, vierzehn, zehn, dreizehn, sechzehn. Vielen Dank, du musst das Merciers. Am siebte. Wie viele Menschen passen in ein Bett? Bitte schreibt mal eure Vorschläge auf. Ein normales, gewöhnliches Bett, ein Einzelbett. Zwei Meter auf 90 Zentimeter, maximal. Wir fliegen jetzt komplett und wir gehen. Wunderschön. Es geht noch lange so weiter hin. Wir freuen uns schon heute. Auf Wiedersehen beim nächsten Fest.